Guten Abend. Ich freue mich, dass wir heute Abend hier unsere Panel begrüßen dürfen können und dass wir ein besonderes Thema heute haben. Das ist der Anfang der Berlusch-Volscher Woche und wir haben ein besonderes Thema auch ausgewählt, was sehr schwierig ist, wie man mit Kindern über den Tod spricht. Und ich denke mir, zum Leben gehört auch das, ob wir es wahrnehmen wollen oder nicht. Und wir werden das, so wie ich verstanden habe, hier zweisprachig machen. Ich werde jetzt, falls keiner zusätzlichen Bedarf besteht, ich werde von Schlome nach Iglesien übersetzen. Also man kann dann entweder Englisch oder Deutsch... Ich werde jetzt nicht so bequem mit Englisch. Okay. Dann werden wir hinten zurück übersetzen auch unter den Sprachen. Vielleicht wird es mit Sachen, die man jetzt mit... Ich sage gar nichts oder... Ja, das geht nicht. Das geht nicht. Das geht nicht. Das geht nicht. Wir sind sehr empfiegt. Ja, das geht nicht. Gut, also dann möchte ich gerne, bevor ich das so gebe, zwei Sachen noch sagen. Erstmal herzlich willkommen an die Damen des Panels und Frau Traba an den Herren des Panels. Wir freuen uns heute, Sie hier bei uns zu haben. Und ich möchte gerne zwei Sachen noch ankündigen. Erstens, wir haben im Rahmen dieser Janus-Koltschap-Orhef diesmal etwas Besonderes. Und zwar ein Kindersing-Spiel am 24. Juni. Wird im Hoch X stattfinden. Und ich hoffe, dass viele sich auch von Ihnen noch da anmelden. Und das Zweite, was ich auch erwähnen möchte, ist, dass wir uns immer gerne über Spenden freuen. Wo ist unsere Box? Ah ja, hier ist unsere Box. Also, sie ist hier griffbereit, falls jemand sich daran beteiligen möchte. So, und hiermit übergebe ich an die Einführung. Okay. Ja, das ist auch gleich. Also, schönen guten Abend auch von mir. Ich grüße auch alle Kurjungs-Teilnehmer und bedanke mich bei Nika Mendelef-Mudemann für die Übersetzung heute. Ich wollte kurz einführen, wie wir überhaupt jetzt auf dieses Thema gekommen sind. Denn es ist der Abschluss unserer Janus-Koltschap-Tage, beziehungsweise der Anfang unserer jährlichen Koltschap-Tage, aber auch der Abschluss unseres Programmjahres, das unter dem Motto Pioniergeist steht. Und Janus-Koltschap war auch ein bedeutender Pionier auf dem Gebiet der Pädagogik und des Humanismus. Und er hat sich auch zu dem Thema unseres Kanals geäußert, das werden wir auch heute Abend hören. Gleichzeitig ist der 140. Geburtstag von Janus-Koltschap dieses Jahr und es jährt sich auch das Jahr seiner Ermordung zusammen mit seinen Waisenkindern. In diesem ganzen Kontext befindet sich jetzt heute unsere Veranstaltung. Kein leichtes Thema, aber wie Frau Haller vorhin sagte, eins, das zum Leben gehört. Und ich hoffe, dass Sie viel davon mitnehmen werden. Dann wollte ich noch darauf hinweisen, dass unsere Moderatorin, die ich auch gleich kurz vorstellen wollte, hier für Sie ein paar Notizen und sozusagen Handouts bereitgestellt hat. Die können Sie dann gerne mitnehmen. Und Sie sind am Schluss herzlich eingeladen, Fragen zu stellen natürlich. Unsere Moderatorin, vielen Dank, dass du den Abend übernimmst. Karen ist in Weisberg, in New York City geboren, in Deutschland, aufgewachsen, studiert, in Regensburg, Medizinstudium und dann in München. Und dann an der, auch in Isai gearbeitet teilweise, dann in der Erwachsenenpsychiatrie. Und dann hat sie in München in der Erwachsenenpsychiatrie für das Krankenhaus K.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R. und die Fortbildung in Kinder- und Jugendpsychiatrie am Max-Planck-Institut absolviert. Insofern auch eine Fachfrau und seit dem Jahr 2000 hier in München eine eigene Praxis für Kinder- und Jugendpsychiatrie. Mit in einer Praxis. Mit in einer Praxis. Gut. Soweit erstmal und dann würde ich jetzt das Wort übergeben und die anderen Panelisten werden vorgestellt. Danke schön. Vielen Dank, Lydia. Ich möchte Sie ganz herzlich begrüßen für den heutigen Abend und die Teilnehmer von den Bernden vorstellen. Sie sind zu viert. Ich darf zu meiner Rechten anfangen, mit Frau Katrin Diel. Frau Katrin Diel hat an der Hochschule für jüdische Studien in Heidelberg. So, besser? Ja. Ja, okay. Ich wiederhole, Frau Dr. Katrin Diel hat an der Hochschule für jüdische Studien in Heidelberg studiert. Anschließend war sie an der Journalistenschule hier in München und hat dann auch ein Hochstudium in Literaturkritik als auch dann promoviert. Sie ist als freier Journalistin vielseitig, wirklich sehr vielseitig, für Funk und Presse tätig mit Schwerpunkt Kinder- und Jugendliteratur. Und sie schreibt auch selber Theaterstücke für Kinder und Jugendliche. Sie ist über eine Buchkritik für die Frankfurter Allgemeine, eben eine Biografie über Janusz Korczak, in Berührung gekommen. Mit ihm, mit dem Pädagogen, Arzt, Schriftsteller und Kinderfreund. Frau Haller hatte schon erwähnt, die Aufführung eines Theaterstückes von ihr über das Leben in Janusz Korczaks Weißenhaus. Im Titel, das Postamt auf der anderen Straßenseite, basierend auf dem Theaterstück, das Postamt des Literatur-Nobelpreisträgers Tagore, welches 1942 im Weißen Haus aufgeführt wurde, ist auch eine Auseinandersetzung mit dem Thema Tod und steht unmittelbar vor der Turniere am 24.06. Im Postamt handelt es sich um einen schweren, oder das darf ich ein bisschen drauf eingehen, innerhalb der... Ich darf das auch erzählen. Und Frau Diehl hat sich natürlich im Rahmen dieses Stückes sehr gezielt mit Aussagen von Janusz Korczak zum Thema Das Kind und der Tod beschäftigt. Ich darf dann Hanni Diskin zu meiner Linken vorstellen. Sie ist seit, wie ich jetzt gehört habe, inzwischen 30 Jahre in München. Sie unterrichtet im Gymnasium, fünfte bis siebte Klasse, jüdischen Religionsunterricht. Sie ist auch sehr aktiv als Seelsorgerin für viele Gemeindemitglieder in der jüdischen Gemeinde. Sie ist die Frau von Rabbiner Diskin, von Rabat Lobavich und hat sieben Kinder und elf Enkelkinder. Also wirklich sehr, sehr erfahren. Insofern auch sicherlich im Umgang mit unserem Thema. Ich darf dann rüber schenken zu Ihnen, Frau Lana Reh. Frau Reh ist Erziehungswissenschaftlerin, als Kinder- und Jugendpsychotherapeutin tätig. Sie ist seit 2002 in der Nico Laides Young Wings Stiftung tätig, wo sie den Bereich Kinder und Jugendliche und junge Erwachsene leitet und begleitet im Rahmen dieser Tätigkeit. Kinder und Jugendliche und junge Erwachsene bis zum Alter von 27 Jahren nach dem Tod eines Elternteils, beziehungsweise beider Elternteile, sowie Bezugspersonen in vertrauenden Kindern und Jugendlichen. Sie ist die Mutter einer elfjährigen Tochter, die immer schon viele Fragen gestellt hat, wie Sie gesagt haben, und auch viele Fragen zu unserem heutigen Abendthema Tod und Sterben. Ich darf vielleicht ganz kurz, wenn nicht bekannt, sagen, die Nico Laides Stiftung wurde 1998 aus eigener Betroffenheit gegründet. Sie ist eine bundesweite Anlaufstelle für junge Trauernde, individuelle, umfassende und ganzheitliche Hilfe in einer geschützten und vertrauensvollen Atmosphäre zu geben. Es gibt auch inzwischen Young Wings Stiftung, das ist ein Angebot für Jugendliche, ein Online-Angebot. Last but not least, Mr. Shlomi, Nachumson, also jetzt auf Deutsch, ist zu uns gekommen. Er hat die längste Reise hinter sich von Israel gestern Vormittag zu uns gekommen. Er lebt in Israel, ist dort geboren und lebt in Israel. Er diente in der israelischen Armee, studierte anschließend politische Wissenschaft und außerschulische Bildung. Er arbeitete in mehreren Summer Camps in verschiedenen Positionen und auf Israel-Verbanden-Programmen in den USA, auch als stellvertretender Direktor eines Internates. Seit sechs Jahren ist er Direktor der Jugendabteilung des Israel Defense Corps, der Witwin- und Waisen-Organisation. Diese Organisation bietet in der Hauptsache eine sichere Umgebung für trauernde Kinder, um mit ihrem Schmerz, mit dem Verlust zu lernen, umzugehen. Das sind Kinder, Jugendliche, die davon betroffen sind, dass ihre Eltern, Angehörige, Freunde, wie auch immer, sozusagen in der Armee gestorben sind. Ja, ich denke jetzt, habe ich alle Beteiligten vorgestellt, die diesen Abend bestreiten werden, gemeinsam. Ich möchte noch einleiten zu diesem heutigen Abend, ja, ein Zitat von Charlie Chaplin, hier zitieren. Und zwar hat er den Satz mal gesagt, an den Scheidewegen des Lebens stehen keine Wegweiser. Das Sterben, der Tod verändert alles. Es ist nichts mehr, wie es war und man kann das Geschehene nicht ungeschehen machen. Ich stehe in einem Scheideweg des Lebens. Als Erwachsener ist man versucht, das Kind, den Jugendlichen vor Tod, Trauer, Schmerz schützen und bewahren zu wollen. Wir werden dabei mit unseren eigenen Ängsten, Schmerz und Trauer konfrontiert. Wie sollen wir damit umgehen? Trauer gehört zum Leben, nicht nur durch den Tod ausgelöst. Abschied nehmen von Gewohnten, durch Umzug, auch Flucht, durch Ende der Berufstätigkeit oder aber auch Ende eines Lebensabschnittes. Der Verlust eines Menschen gehört natürlich zu dem schwierigsten und schmerzlichsten Abschied. Und wir können Kinder nicht davor bewahren. Wie wir mit Kindern darüber sprechen können und wie wir sie auf dem Weg der Trauer begleiten können. Damit aus Trauer kein Trauer wird, ist das heutige Thema. Wir werden hoffentlich einige Wegweise aufzeigen können, wie wir mit etwas Mut und Zuversicht diesen Scheidweg des Lebens mit Kindern gehen können. Ich würde gerne die Runde mit Frau Diehl eröffnen, zu meiner rechten, ganz außen. Und zwar, wie wir gehört haben, Sie haben sich ja wirklich sehr intensiv mit den Gedanken von Janusz Korczak beschäftigt. Auch jetzt aktuell, auch durch das erwähnte Theaterstück, das sich ja mit dem Thema Tod beschäftigt. Können Sie uns Janusz Korczaks spezifischen Perspektive schildern? Was ist sein Ansatz als Pädagoge, Arzt und Kinderfreund mit dem Thema Sterben und Tod? Vielen Dank. Janusz Korczak und das Thema Tod ist sehr, sehr schwierig. Aus mehreren Gründen. Natürlich findet man fast zu jedem Thema, das einen interessiert, wie hat Janusz Korczak das gemacht. Er ist ja mit dem Thema, den Kindern gegenüber umgegangen, findet man etwas. Das Thema Tod ist sehr rar bei ihm. Auch in seinen Schriften, die er hinterlassen hat. Mit dem Mikro. Das hat zwei Gründe, würde ich sagen. Janusz Korczak war tatsächlich, was das Thema anbelangt, traumatisiert. Das erste, ich möchte drei Ereignisse schildern, die zu diesem Trauma für ihn geführt haben. Einst, da war er, glaube ich, fünf oder sechs Jahre alt. Und sein Kanarienvogel ist gestorben. Das ist eine relativ bekannte Geschichte. Und wir wissen alle, wenn Kinder Haustiere haben, kommt es irgendwann zu diesem traurigen Moment, der ja auch etwas sehr Pädagogisches hat. Und der kleine Henrik, ja, Korczak hieß Henrik, hat diesen toten Vogel im Hinterhof oder im kleinen Garten ein kleines Grab gemacht, hat ihn reingelegt, hat Erde drüber gegeben und sein Kindermädchen hat es mitbekommen und wurde sehr ärgerlich. Und er hat gesagt, so etwas macht man nicht mit Tieren, beerdigen tut man nur Menschen. Also er wurde erst mal geschimpft. Dann hat er auf dieses kleine Grab ein Holzkreuz gestellt, was eine Reaktion von einem polnischen Jungen hervorgerufen hat, von dem Sohn des Hausmeisters nämlich, der wiederum sehr ärgerlich wurde und sagt, du bist ein jüdischer Junge. Also war dann Vogel auch jüdisch und er hat kein Kreuz zu bekommen. Und er hat es wohl nicht so freundlich gesagt, sondern er hat eben noch weiter erklärt, was es bedeutet, jüdisch zu sein, weil die Juden kommen in die Hölle und die Christen kommen in den Himmel. Und das hat den Jungen sehr, sehr beschäftigt. Man kann immer verfolgen, was Janusz Korczak sehr beschäftigt, findet man immer wieder. In seinen verschiedenen Geschichten, in seinen Tagebucheintragungen kommen Momente, die ihn sehr berührt haben, tauchen immer wieder auf. Diese Vogelgeschichte taucht zum Beispiel auch in seinem berühmten Kinderbuch Könighänschen auf. Zweites schlimmes Erlebnis mit dem Tod war der frühe Tod des Vaters. Da war er 17 Jahre alt. Und der Vater ist, damals hat man gesagt, er war wahnsinnig, er war sehr depressiv und er kam in eine Psychiatrie und ist dort gestorben. Und seitdem hat Janusz Korczak sehr große Angst gehabt, auch diese Krankheit zu erben. Und das war unter anderem ein Grund, unter anderem, warum man nie selbst Kinder haben. Das war auf jeden Fall auch etwas sehr, sehr Schmerzhaftes, weil sich danach das Familienleben auch sehr, sehr verändert hat. Plötzlich war er der Junge, der für vieles verantwortlich war. Drittes, und damit ende ich, drittes schlimmes Erlebnis war für ihn, er war mittlerweile fast 40 Jahre alt, da ist die Mutter gestorben. Und zwar hatte er sich angesteckt mit Typhus und die Mutter hat gesagt, sie pflegt ihn. Und er hat sich zuerst gewehrt, aber dann war er so schwach, dass er es zugelassen hat. Und sie hat ihn gesund gepflegt, aber sie hat sich bei ihm angesteckt und ist an Typhus gestorben. Und das war wohl das schlimmste Erlebnis für ihn. Er war richtig verzweifelt, er hat an Selbstmord gedacht, und zwar an Selbstmord zusammen mit der Schwester. So, diese drei Erlebnisse wollte ich schildern, weil das natürlich Einfluss hatte auf das Thema Tod, auch auf das Thema Tod gegenüber den Kindern. Heißt aber nicht, dass es einen sozusagen professionellen Umgang, Janus Kortschatz als Pädagoge, als Mediziner, gegenüber den Kindern, was das Thema Tod anbelangt, gab. Nur, nicht im Speziellen, sondern das war sozusagen sein Schutz, dass er die ganz normale Pädagogik, die er hatte, darauf anwenden konnte. Es gab nicht das spezielle, was mache ich, wenn das Thema kommt, sondern, und das ist vielleicht schon wegweisend für unser Gespräch, dass man auf dieses Thema Tod, das kommen wird, schon an ganz anderer Stelle, wenn es noch gar nicht da ist, vorbereitet. Und das hat er mit seiner Pädagogik getan. Ich würde gerne von dir wissen wollen, wie wir schon besprochen haben, es ist ein allgemein menschliches Thema als Teil unseres Lebens, auch mit Kindern über den Tod zu sprechen, unabhängig der kulturellen Herkunft und auch der Religion. Und ich würde gerne hören, was es spezifisch Jüdisches gibt, inwieweit man mit Kindern darüber spricht, zum Beispiel auch das Thema Shiva-Sitzen. Was bedeutet das für Kinder? Wie erleben sie es, diese Zeit der Trauer mit den Familienfreunden, die Angehörigen? Ich glaube, wir müssen zwei Themen erst mal trennen. Also generell war es das jüdische Thema zu Tod oder wie man mit jüdischen Kindern oder mit Kindern über die jüdische Ansicht an Tod hat. Und dann praktisch das Tätel des Shiva. Ich glaube, wir benutzen oder wir sprechen mit Kindern über Tod dauernd in die jüdische Religion. Vor allem der erste Gebet, das alle Kinder lernen, ist Das bedeutet, dass jeden Tag wir bedanken uns bei Gott, dass wir unsere Seele wiederbekommen haben. Das heißt, wir bedanken uns bei Gott, dass wir lebendig aufgewacht sind. Und wenn wir die Kinder schon im Kindergarten beibringen, was dieses Gebet zu bedeuten hat, zum Beispiel bringt man auch eine Puppe mit, die kein Leben hat, und zeigen, dass wir doch ein Leben haben. Und das ist nicht selbstverständlich, dass wir jeden Tag wieder neu das Gelegenheit haben zu leben. Und wir sollen uns schon als erstes Gott bedanken täglich, dass wir am Leben sind. Und deswegen ist das Thema schon von Anfang an kein Tabu. Ich glaube, dass viele unsere Großeltern, weil die haben viel Schlimmes erlebt mit dem Tod und sehr viel nicht Natürliches auf der Show A und so weiter, haben ihre Trauma und die, würde ich sagen, fast Aberglauben von der alten Welt mitgebracht und sagt, dass das Kindersohn nicht auf dem Friedhof und mit Kindersohn nicht in einem Schilderhaus anwesend sein und sollen vielleicht gar nicht auf eine Beerdigung kommen und so weiter. Und das ist nicht von einem jüdischen Sitz, das ist falsch. In unserer Tätigkeit hier in der Gemeinde sind wir oft die erste Anlaufstelle, wenn Familien mit einem Tod konfrontiert sind. Und oft haben wir gemerkt, dass das Erste, was sie wissen wollen, ist, wie machen sie alles richtig von der Halacha. Also oft sind die Leute selber nicht unbedingt, die leben nicht unbedingt nach der Halacha, jüdische Gesetz, aber wenn es geht um Beerdigung, wenn es geht um Schiff A, wenn es geht um Trauer, wollen sie alles richtig machen. Und deswegen vor allem muss man die Erwachsenen helfen und leiten, wie man das alles richtig macht. Und was auch sehr, sehr wichtig ist, ist, dass die Erwachsenen beschäftigt sind mit einem Grab auszusuchen, mit den ganzen Papieren zu suchen und so weiter. Die Kinder sind einfach da im Haus und wissen gar nicht genau, um was es geht und wie eine Beerdigung ausschaut. Und da muss man sich Zeit nehmen mit den Kindern, ob es ist jetzt für die Großeltern oder selber die Eltern, die da sind, oder wenn ein Gottbehüter Vater und Mutter gestorben sind, einfach sich Zeit zu nehmen, mit den Kindern zu reden und erklären genau, was passieren wird und was nicht passieren wird. Weil oft haben Kinder Vorstellungen, wie eine tote Person ausschaut oder wie ein Begräbnis abläuft und die haben keine Ahnung, was zu erwarten. Und die sind vielleicht mehr traumatisiert, einfach, um was sie sich vorstellen, von eigentlich, was passieren wird. Und man sollte denen einfach wirklich so ehrlich wie möglich schildern, genau, was, wenn es möglich ist, vielleicht sogar vorher auf den Friedhof gehen, dass die sehen sollen, wie ein Friedhof ausschaut, wo die stehen werden, wie ein Sarg ausschaut, dass man wird ein schwarzes Tuch über den Sarg tun, damit man, also man sieht nicht die tote Person beim Begräbnis und so weiter. Und dann, wie die Beerdigung selber abläuft und, also wirklich jeder Schritt schildern. Und dann fragen die Kinder, ob die sich trauen, dabei zu sein, ob die wollen dabei sein, ob die wollen nicht dabei sein, und die wollen eine Vertrauensperson neben sich haben oder nicht. Oft denken sie, besonders so Jungs mit elf, zwölf, das ist cool eigentlich, und die wollen das alles miterleben. Und dann, wenn es tatsächlich dazu kommt, können sie es gar nicht anschauen. Und deswegen muss man auch schauen, dass es gibt jemanden da, der mit einem zurückbleiben kann, nicht bis zum Grab geht oder was auch immer. Man sollte diese praktische Sache bedenken und haben, dass jemand dabei sein kann und bleibt mit dem Kind, wenn es nicht zum Grab gehen will. Es gibt auch, dass die Kinder legen, also ein bisschen Erde, auch auf dem Sarg, und diese erste, wenn die ersten Steine drauf fallen, dann kommt ein Krach und noch ein Krach. Und das manchmal sind diese Geräusche wirklich traumatisieren selber. Und so sollte man das die Kinder vorher sagen. Ich weiß nicht, ob die können das wirklich vorher vorstellen, wie das ist. Aber auch wenn es dazu kommt, dass die Sonne jetzt in Schaufel nehmen, dann können sie gar nicht. Und man soll sie auch nicht zwingen. Also man sollte von einer Seite sehr viel Kavot, also Respekt abgeben zu den Verstorbenen. Aber es muss nicht sein auf der Kosten von den Kindern. Und was auch noch dazu kommt, sind bei Jungs, dass die sollten der Kadisch sagen, auch sehr junge, das ist das Trauergebet. Auch junge Kinder, wenn sie können. Und hier haben wir einige Kinder, die sind überfordert mit der hebräischen Sprache. Und da kann man sie geben, auf lateinische Buchstaben, das Gebet zu sprechen. Wir nehmen uns auch die Zeit, um den Kindern dieses Gebet zu üben, damit die nicht später schämen müssen, dass sie es nicht ganz sagen können. Und wenn wieder die es selber nicht sagen können, dann sollte jemand bereitstehen, dass es für diese Sachen kann, sodass die nicht in Gelegenheit geraten kommen. Nachdem das alles passiert ist, dann kommt erst die Shiva. Das heißt, bei uns geht das Begegnis ziemlich schnell. Und deswegen muss man erst reagieren auf diese praktische Sachen und die Kinder begleiten während der Beerdigung und danach. Und ich glaube, die sind so beschäftigt mit diesen praktischen Sachen, dass die haben wirklich nicht so viel Zeit zu bearbeiten, was alles passiert ist. Was wir oft erleben als religiöse Personen, die Leute sind böse, dass sowas passiert ist. Und oft sind wir praktisch so, als ob der Repräsentant von Gott, als ob wir sozusagen schuldig sind, dass sowas passiert ist, dass auch verstärkt ist. Und mit der Zeit haben wir es gelernt, auch nicht persönlich zu nehmen. Aber am Anfang war es ziemlich, oh mein Gott, also was haben wir jetzt gemacht? Ich versuche nur zu helfen. Aber das haben wir auch gelernt, dass man braucht, irgendwie auf jemanden den Wut auszulassen. Und wenn wir jetzt diese Punching-Bag sein kann, okay. Schive schaut ein bisschen anders aus, je nachdem, wie der Fall war. Wenn es jetzt eine sehr, sehr tragische Fall war, dann ist Schive vielleicht ein bisschen mehr emotionell. Und entweder ist er eher Partner oder die Kinder selber noch beschäftigt mit sehr viel Weinen. Und wenn es eine ältere Person ist, dann läuft das Schivehaus eher fast wie ein soziales Treffen, wo viele ältere Leute kommen und reden. Und Leute finden das anders. Manche Leute finden das nicht respektvoll, dass man so viel redet und quatscht über Dinge, die gar nichts zu tun haben mit dem Tod. Und es ist nicht so respektvoll für den Verstorbene. Andere finden das, es muss jetzt nicht dann sein, eine Trauerparty oder dass man weint die ganze Zeit. Man kann es auch ablenken lassen. Wenn es gibt Kinder, die Schive sitzen müssen, dann sollten die in dem Umfeld, die Familien, also die Muttern, die Freunde von diesen Kindern schauen, dass die Freunde dabei sind. Man sollte die Kinder auch ablenken mit Spielen, die dürfen spielen. Schive bedeutet, dass man sollte eigentlich zu Hause sein, diese eine Woche nach dem Tod. Und das kann für ein Kind einfach sehr überfordert sein, dass er dauernd in einem Haus ist, wo alle weinen und es sind Kerzen und die Spiegel sind zugedeckt. Also es ist eine sehr, sehr traurige Atmosphäre. Und für manche Kinder ist es einfach zu viel. Die müssen mal raus, die müssen mal im Garten ball spielen. Die wollen abgeliebt sein, weil sie können nicht mehr in Trauer die ganze Zeit sein. Und das ist auch okay. Und ein letztes Wort, bevor ich zu lange werde. Manche Leute denken, dass man sollte die Kinder ganz, ganz ablenken und nicht erlauben zu weinen. Und das finde ich falsch. Es gibt eine Zeit zu weinen. Es wäre sehr, sehr traurig, wenn man nicht für meine Mutter oder Vater, der gestorben ist, weint. Und sie hat es verdient. Und der Kind hat es auch verdient, bestätigt zu werden, dass es eine sehr, sehr traurige Sache ist. Und wenn es weinen muss und wenn es einen Wutanfall haben muss, dann sollte man das Kind gestatten und sagen, es ist in Ordnung, dass du traurig bist. Es ist in Ordnung, dass du jetzt böse bist. Wir werden das mit der Zeit vielleicht mal bearbeiten. Aber erst mal kommt die Trauer und die Wut. Und vielleicht nachher können wir für das europäische Fragen beantworten. Vielen Dank, Veronique, für diese detaillierte Ausführungen. Ich denke, du hast viel Wichtiges gesagt, was Allgemeingültigkeit hat, unabhängig der Religion, wie gesagt, kulturellen Hintergrund, dass die Gefühle der Kinder ganz, ganz wichtig zu nehmen sind. Egal, in welcher Weise sie zum Ausdruck kommen. Ob man die Trauer, die Traurigkeit erkennt durch Weinen, das ist nicht schwerer zu erkennen. Aber es gibt eben Kinder, die nicht so reagieren, die nicht weinen können, die eher auch aggressiv reagieren können oder mit Rückzug reagieren, oppositionell werden. Also es gibt alles an Verhaltensweisen und alles ist erlaubt. Und dafür, denke ich, müssen wir als Erwachsene Verständnis haben. Und auch diese negativen Gefühle, sage ich mal, zum Ausdruck kommen müssen. Man denkt, es ist nicht adäquat. Es ist alles adäquat. Und ich glaube, es liegt an unser Erwachsenen, das so zu verstehen. Vielen Dank, Veronique. Ich möchte überstehen und zu Ihnen, Frau Reb. Ich würde gerne nach Ihren speziellen Erfahrungen im Rahmen Ihrer Tätigkeit bei der Olaides-Stiftung und auch der Olaides-Stiftung, welche Erfahrungen haben Sie mit Kindern und Jugendlichen gemacht, Sie in Ihrer Trauer, Ihrem Verlustschmerz zu begleiten? Wie wichtig ist der Prozess des Trauerns und wann wird aus Trauer ein Trauma? Wie offen, wie viel Mut braucht es mit trauernden Kindern, Jugendlichen, über ihren Schmerz zu sprechen? Das waren viele Fragen auf einmal. Vielleicht fange ich mir da eine letzte Frage an, was, glaube ich, hier schon angeklungen ist. Wann wird aus Trauer ein Trauma? Trauer ist nicht generell eine Krankheit. Das ist mir ganz wichtig. Trauer ist keine Krankheit. Das ist auch heute schon oft angeklungen. Trauer ist etwas, was wir brauchen, um, wenn wir einen Verlust erleiden, wenn wir eine beliebte Bezugsperson verlieren, wenn das Haustier stirbt, wenn wir eine Entwicklungsaufgabe als Kind oder Jugendlicher zu erledigen haben, die mit, ja, Verlust ist, also Trauer ist etwas, was eine Reaktion ist auf einen Verlust. Das können ganz kleine Verluste sein, das können sehr große Verluste sein. Immer dann, wenn es nicht gelingt, Ausdruck zu finden für diese Trauer und der Ausdruck ist eben insbesondere bei Kindern und Jugendlichen ganz besonders speziell, komme ich später noch dazu, dann besteht die Gefahr, dass aus Trauer eben auch etwas Krankhaftes, etwas Pathologisches wird und eine Traumafolgestörung, wie wir es nennen, entstehen kann. Deshalb brauchen Sie, Sie haben es schon so schön auch ausgeführt, Kinder im ersten Schritt, viele Informationen. Vielleicht generell, wie läuft Trauer überhaupt ab? Ja, es gibt, ja, bisweilen etwas veraltete Vorstellungen von Trauerphasen, wo man davon ausgeht, dass es bestimmte Phasen gibt, die man durchlaufen muss, bis hin zu einem Prozess, der mit Loslassen in Verbindung steht, das ist längst überholt. Also wir wissen heute, dass es nicht mehr darum geht, den Verstorbenen loszulassen, sondern es geht wirklich darum, dass es gelingt, innerhalb des Trauerprozesses, innerhalb der Trauerbearbeitung eine Verbindung, eine innere Verbindung zu dem Verstorbenen herzustellen. Das hört sich erstmal nach einem komischen Konstrukt an, aber das geht, indem man Erinnerungsarbeit macht in der Trauerbegleitung, indem man gemeinsam mit den Kindern versucht, gute Erinnerungen zu bewahren, indem man Orte sucht, wo man sich dem Verstorbenen zum Beispiel nachfühlen kann. Also da gibt es sehr viele auch kreative Möglichkeiten. Und der Trauerprozess ist etwas, was ich vielleicht mit einem Bild von hin und her pendeln verstehen würde. Das heißt, es gibt die Phasen innerhalb des Trauerprozesses, wo wir beschäftigt sind mit alten schmerzhaften Gefühlen, mit den Erinnerungen an den Verstorbenen, wo wir vielleicht uns alte Briefe anschauen, wo wir uns Bilder anschauen. Und dann gibt es Phasen, wo wir uns eher dem Leben zuwenden, wo es um die Zukunftsorientierung geht, wo wir uns unser Leben einrichten ohne den Verstorbenen. Bei Kindern ist dieser Prozess sehr schnelllebig. Das ist manchmal etwas irritierend für uns Erwachsene. Also Kinder springen wirklich rein in die Trauer, in die schmerzhaften Gefühle, in das Weinen und sie springen genauso schnell auch wieder raus. Ich finde ganz wichtig, was Sie auch sagten, dass es für uns als Erwachsene darum geht, alle Formen des Trauerns zu akzeptieren und dazu gehören eben auch vermeintlich sozial unerwünschte Reaktionen wie aggressiv sein, gegen die Wand treten, laut sein, oft auch Leistungsabfall in der Schule, was dann von den Eltern wiederum bewertet wird. Das ist uns in unserer Arbeit immer sehr wichtig, darauf dazu zu nehmen, dass eben alle diese Dinge Reaktionen sein können auf den Verlust. und dass es unfassbar wichtig ist, diese nicht zu bewerten, sondern tatsächlich als Möglichkeit, als aktuell vorhandene Möglichkeit oder Strategie des Kindes zu verstehen ist, mit diesem Erlebnis umzugehen. So, Ihre, die erste Frage. Ja, Sie haben ja schon ein... Sie haben den Mut angesprochen, jetzt spricht es ja wieder ein. Den Mut, genau. Den Mut. Also ich glaube am Anfang, wenn wir Kinder in Trauer begleiten möchten, steht die eigene Auseinandersetzung. So etwas, wie wir es heute tun. Dass wir uns überlegen, wie stehe ich denn eigentlich zu diesem Thema, welche Worte habe ich dafür, welche Vorstellungen? Welche Vorstellungen habe ich davon, was nach dem Tod kommt? Ich empfehle Eltern, die in einer Situation sind, wenn zum Beispiel der Partner verstirbt, ein Elternteil verliert, wirklich so etwas auch mal vor sich hin zu sprechen, weil wir es nicht geübt sind. Wir sind nicht vorbereitet auf diese Momente, sondern wir, ja, in der Regel versuchen wir zu vermeiden, über dieses Thema zu sprechen. Und es lohnt sich, sich tatsächlich als erstes mit sich selbst auseinanderzusetzen und zu schauen, welche Worte finde ich denn. Es gibt eine große Unsicherheit, die möchte ich gerne versuchen insofern zu nehmen, als dass ich ermutigen möchte, dass Kinder zum einen keine vorgefertigten Antworten brauchen. Man kann sich wirklich auf ihre Neugier verlassen. Kinder fragen immer wieder nach, wenn die Gesprächsbereitschaft und die Atmosphäre zum Sprechen da ist. Also das ist an uns Erwachsenen wirklich immer wieder das Signal zu geben, ich bin da, frag mich, du kannst mich immer fragen, wenn ich gerade keine Antwort habe, verspreche ich, ich versuche darüber nachzudenken und gebe dir die Antwort zu einem späteren Zeitpunkt, dann ist es natürlich auch wichtig, dieses Versprechen einzuhalten. Wir brauchen keine vorgefertigten Antworten und keine abschließenden Antworten, denn je nach Alter des Kindes kommen diese Fragen auch immer wieder. Was sehr speziell ist bei Kindern ist, das ist etwas, was man mit Recreaving bezeichnet, nämlich der Umstand, dass Kinder mit zunehmendem Alter und damit auch mit zunehmenden kognitiven Möglichkeiten immer mehr Möglichkeiten zur Verfügung stehen, zu begreifen, was es heißt, ohne den Verstorbenen zu leben. Insofern müssen wir uns als Erwachsene immer wieder auch anpassen an diesen Entwicklungsbestand. Und da möchte ich auch ermutigen, Kinder wirklich zu befragen und nach ihrem Verständnis zu befragen, gleichzeitig die eigene Haltung zu transportieren, aber eben auch viel Raum zu lassen für das, was das Kind beschäftigt und bewegt und auch mit einer Haltung in so ein Gespräch zu gehen, dass, wie ich es eingangs sagte, dass Kinder eben ein Recht haben, auch bei diesem existenziellen Lebensthema Fragen stellen zu dürfen und sie auch beantwortet zu bekommen. Vielleicht soweit? Ja, vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Can you share your experience, how you deal... Give it a... Ich glaube, das ist ein Akkord, wenn sie auf Deutsch und... Ich habe es nur jetzt... Okay. You can ask the question in German and then ask me in... Okay, I just won't leave myself in English. Okay. Die Frage wäre, ja, Schlomi, aufgrund der Erfahrungen in deiner Arbeit, die spezielle Situation in Israel mit extrem traumatisierten Kindern und Adolescenten zu arbeiten, die Familienangehörige, Freunde verloren haben durch Krieg und Terror. Und natürlich ist es in Israel eine ganz spezielle Situation, aber zunehmend werden wir auch hier in Europa konfrontiert mit Gewalt, mit Terroranschlägen, mit Amokläufen unterschiedlicher Art. Und aus deinem Erfahrungsbereich, was kannst du uns hier vermitteln? Okay. First of all, I'd like to say that I'm really happy to be here. Five years ago, we started the partnership between the Janusz Korczak Academy for Education and the idea of Widows and Orphens Organization. And for me, the most basic, the most initial connection was the figure Janusz Korczak. Janusz Korczak was the founder and director and the spirit behind eventually an orphanage in Warsaw where you had to speak about death because every single one of the students, the participants in their orphanage experienced death. But above everything else, Janusz Korczak had a different approach on how to speak with children. Not only about death, not only about life, but how to speak to them, how to speak with them. And for me, Janusz Korczak is a role model and a teacher for everything that we've been doing with our children at the IDFWO. So we started five years ago, but four years ago, the people that were involved and probably remember, I came here with ten children, teenagers, high schoolers, all sons and daughters of IDF foreign soldiers. We came here for a seminar of ten days. Should have been a peaceful experience filled with laughter and learning and joy. But when we arrived to the airport in Tel Aviv, we were almost the only ones there because the country was under a rocket attack and what later will be known as Operation Protective Edge started, I think, the same day or the day before we arrived to Munich. And suddenly, it's not only that you need to speak with your children about the loss, the death that they experienced years before. we had to speak with them about the possibility or their fear of something that will happen to their friends, to their families. Some of them came from Ashkelon and Ashdod, cities that were under attack these days. And it came up again. the fear that something will happen to their close friends or even to themselves came up again. And we asked ourselves how we're going to speak to them about it or with them about it. But way before you ask yourself how to speak about death with these children or with children at all, you foremost ask another question. do you speak with these children about death? And the answer is always yes. Because probably the worst thing to do is to avoid these subjects as sometimes we do with subjects with topics that are uncomfortable for us. So the first question is yes. Speak with them. Now how to speak with these children or with children at all about death, about loss, about tragedy, about something that happens to a family member or to a friend or even to someone from their classroom or someone that they didn't really know but they knew something who knew them. Okay? Because when that happens in a way it's the end of the world as we know it. When we realize that death is something real, especially if it's done when we're younger, it's pretty much the end of the world as we know because we're used to a naive world where we go to school, we play with our friends, we feel safe in our environment, we feel safe in our neighborhoods, but suddenly something happens that changes. A terror attack, a rocket, a... I don't want to give the examples that I'm sure you're all familiar with. This continent, this country has known terrible times, but this time is a peaceful time, sometimes disturbed, unfortunately, with unpeaceful events, but these things are happening. And when they happen, when they occur, this is, for these children, a lot of the time, the end of the world as they know it. So, the first thing that we do is telling them that we're here to speak with them. How? It's almost... It almost doesn't matter. But, the fact that we provide a stable figure, a stable person, an anchor, when that happens, it shakes their lives. And we want to re-anchor their lives again. We want to re-stable it. And we, as an adult, are able to say, Hi, we're here for you. I know this is shocking. I know this is a terrible event that you just experienced or you're just exposed to. but I'm here. If you want me to speak, if you want to speak about it, we can do it. And maybe, the first thing that you want to provide is you, as a listener, not always giving an advice, because sometimes they don't need our advices. Sometimes they just want to share. Sometimes they just want to get rid of baggage, of, you know, of their feelings. So just providing them our figure as a listener, as a resource. If they want it, they can take it. If they don't want it, they don't have to. But they need to know that we're there. Sometimes, by the way, they will prefer not to use that resource. They will prefer their peers, their friends, people their same age, the same culture and language that they speak that may have been involved with that incident as well, in this way or another. Okay? And they would prefer to share these experiences, these feelings and emotions with their friends. This is fine. Don't try to push yourself as a resource. Suggest yourself. Okay? But don't push yourself. Don't be offended if they choose a teacher, maybe, or a counselor, over you. But again, at the same time, suggest yourself as a resource. As someone, as a support, as a resource for support, as someone that you can lean on. Don't forget that for a parent, you're the most important and the most meaningful adult in their lives. But being a teenager is a mixed, is a confusing position. Because sometimes they would prefer someone else over you. Encourage them to use methods like writing, maybe poetry, sports, being, going out to jogging or anything that can help them unload these emotions in a physical way. Encourage them to find support if you see that they need it. Lana was speaking about grief that can cause real pain or real actual diseases, not only emotional. if you see that they can't get over it, encourage them to get the help that they need for it. And be a role model for that. If you feel when you experience that through them or by yourself and you want and you tear or you look sad, don't hesitate to show your real emotions about it. Don't try to expose yourself, expose who you are. and if you need support, if you need professional consultants, don't hesitate to take it for yourself and just provide a positive role model on how to deal with grief. Thank you. I heard that both show you and or Lana had something like a joint venture you worked together. Could you maybe explain a bit what you did here and what ideas were here you go. Ja, wir wurden angefragt von der Korsak Akademie ob wir zusammen mit der IDFWO und also die drei Organisationen einen Austausch machen würden zu unserem speziellen Thema, was uns verbindet. Also so wurde ein wunderbarer Austausch zwischen Halb- und Vollweißen aus Israel und München und Umgebung kam zustande und ich glaube das, was uns, also was mich besonders beeindruckt hat, war, dass der Umgang mit Tod und Sterben in dem Moment wo Kinder und Jugendliche zusammenkommen die in einer ähnlichen Situation leben müssen völlig unabhängig ist von kulturellen Hintergründen von religiösen Hintergründen von Glauben von Vorstellungen sondern dass es wirklich darum geht in der Gemeinschaft zu teilen was es bedeutet halbweis zu sein. Ich glaube das ist zu bestätigen. Ein One of the things that happens to our children is that they really quickly realize that they're different. They go to school and they realize that they're the only child that experienced the loss of a parent or they're the only child who is absent from school for a week because of the Shiva During Memorial Day, they're absent from school or if friends are coming over, there's some sort of a silence behind where's your father or what is the shape of your family's self. Kids don't like to be different. Kids like to be the same. It's not a surprise that the peer group is such an important element in the process of growing up. And not only that, they feel lonely with their unique status, but they also feel lonely with the range of emotions that they experience. They also lack the presence of a very meaningful person, of a role model. And then when they come to our camps, I didn't say it before, but one of our core programs is bringing these kids together four times a year for camps of three, four or five nights each. And we do all sorts of things. We go hiking, we play together, we have our own traditions. But it really doesn't matter what we do. It doesn't matter if we hike in the Golden Heights or if we go to Tel Aviv for a picnic or anything else. They don't just provide the setting, the environment where they can meet another person who can relate to these feelings, who can understand what it's like to be an orphan, a half-orphan, depends on how you look at it culturally as well. They meet with other peers, with other friends who share the same experiences. And finally, they don't feel like they're alone. They don't feel like they're so strange. And they don't have to feel like they wear a constant mask on their faces. Now, it doesn't matter in our programs if the child is from Tel Aviv, from the Golden Heights, or from Be'er Sheva. If they're Jewish Orthodox, or if they don't see themselves religious at all, or don't act religious. I don't like to use the word Hilary. It doesn't matter. Or it doesn't matter if they're not Jewish, if they're Druze. Some of our kids are coming from the Druze or the Bedouin minority. They still understand each other. They still relate to each other. They still have this almost unseen connection. Unseen strength between them. Because they know they share the same destiny, the same emotions. They know that they're the same. So apparently, it doesn't matter if you're from Be'er Sheva, or from the Golden Heights of Tel Aviv, or from Munich. You still have that connection. And it doesn't matter if you understand each other or not. You still have that connection. You see a kid your age, and you quickly realize that there's a special bond between you. Because you both go to schools where 99% of your peers are different. In a very meaningful aspect of your life. But you know that, as opposed to these 99% of the children in your school, this child from Munich, or from the Golden Heights, is almost like a brother for you. And this connection, the mutual ability to show these children that grief is international, that grief is human. It's the most human reaction to that trauma. It's a gift that we were able to give these children from both parties. The German children and the Israeli children. And we feel very privileged to be able to give that gift to our children. Not to mention how much I personally, and professionally, learned from the Nikola Yiddish Tiften. And I hope that we were able to teach a thing or two as well. But showing that grief is such a human, such a global emotion, gives them the legitimacy to feel what they feel. And gain the peace of mind that they find that even if they feel different, even if they feel strange, they're still within the range of normal people. Even if they're, even if they're different than 99% for the people that they know. And as well, as was said, Trauer is a very natural process. It's nothing to say. It's not a disease. It's not a disease that belongs to the living. And so that it doesn't affect a disease that really professionally behandle. I think that's a very important thing. I think that's a very important thing. But I would like to ask, The system of work is different. We have heard that the groups meet three, four, five times a year. They make together activities. They try to do so much normal as possible as possible. How do you see your work? How do you see your work? How do you see your work? Yeah, I had before said that Trauer especially in those children is very individual. Und wir versuchen deshalb, viele verschiedene Angebote zu installieren, die auf die jeweiligen Bedürfnisse von Kindern und Jugendlichen zugeschnitten sind. Wir haben eine Beratungsstelle, zu der man kommen kann, wenn man einen Termin vereinbart hat. Da kommen viele Jugendliche und junge Erwachsene tatsächlich zu Einzelgesprächen. Da passiert genau das, was Schlummi geschildert hat. Es gibt eine feste Ansprechperson und zwar völlig unabhängig davon, wann der Todesfall war, welche Todesumstände damit in Verbindung waren, wie lange der Todesfall zurückliegt. Es wird ja oft angenommen, dass nach einem Jahr oder nach zwei Jahren das sozusagen verarbeitet ist. Das ist nicht der Fall. Also zu uns kommen auch Kinder und Jugendliche, bei denen der Vater vielleicht verstorben ist, als derjenige fünf war. Und er ist jetzt 18 und merkt jetzt, ja, jetzt ist der Zeitpunkt, wo ich mich gerne auseinandersetzen möchte, wo ich mich beschäftigen möchte. Wir sind sehr an dem orientiert, was die Kinder und Jugendlichen mitbringen. Das heißt, manche kommen einmal alle vier Wochen, manchmal kommen die einmal die Woche oder je nach Bedarf zur Einzelbegleitung. Dann haben wir Gruppenangebote. Das ist ähnlich konzipiert wie das, was Schlummi geschildert hat. Da geht es um ganz schlicht, um einen ganz geschützten Rahmen mit einem ganz niedrigschwelligen Zugang, wo man andere treffen kann und genau diese Erfahrung machen kann. Ich bin nicht allein mit meiner Geschichte, es gibt andere. Und ich kann, wenn ich das möchte, mich austauschen. Unsere oberste Priorität ist, dass es eben diesen geschützten Rahmen gibt, in dem es immer sein darf, das Thema immer sein darf, man aber nicht sagen muss. Den kleinen Kindern sagen wir, ihr dürft alles fragen, aber jeder entscheidet für sich, ob er etwas erzählen möchte oder was er erzählen möchte. Dann haben wir eine Online-Beratungsstelle, die bundesweit funktioniert, beziehungsweise überall da, wo man Deutsch sprechen kann. Auch das eine Möglichkeit, gerade für die Jugendlichen, die sich vielleicht schwer tun mit dem gesprochenen Wort, die aber ganz viel Ressourcen entdecken, wenn sie schreiben. Und wir haben darüber hinaus auch noch eine Online-Beratungsstelle, weil wir die Erfahrung gemacht haben, dass in einer entscheidenden Phase des Lebens, wenn es um Berufsorientierung geht, wenn dann eben ein Elternteil verstirbt. Und damit auch derjenige, der vielleicht gemeinsam mit den Jugendlichen diesen Weg beschritten hätte, der fehlt, dass so ein bisschen der Boden auch unter den Füßen weggezogen ist, was dieses Thema betrifft. Und wir versuchen, ihn eben auch auf diesem Weg zu begleiten. Das war jetzt nur ein kleiner Ausschnitt dessen. Wir haben wirklich sehr viele Angebote, aber immer mit dem Ansatz, dass wir einen geschützten Rahmen bieten wollen, in dem Kinder und Jugendliche, die betroffen sind, sich kennenlernen können und austauschen können. Und ich kann die Erfahrung, die Schlomi auch gesagt hat, bestätigen, es kommt gar nicht so sehr darauf an, was wir gemeinsam tun, sondern dass wir es tun und dass wir den Rahmen dafür bieten. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Dank. Vielen Dank. Und manche Kinder sogar haben irgendwann mal gehört, dass es eine Strafe sein könnte für irgendeine Sünde, die man begangen hat, dass man jung stirbt oder dass man denkt, dass man vielleicht selber irgendwas gemacht hat, dass die Erdfalle deswegen, dass die Hüte gestorben sind. Also es gibt ganz große Schuldgefühle und auch diese große philosophische Frage, warum? Und ich glaube, dass an allerersten muss man einfach erklären, dass kein Mensch auf dieser Welt kann wirklich erklären oder geben eine gute Antwort für Gottes Handlungen. Einer, der denkt, der kann erklären, wie Gott was macht. Es wahrscheinlich gehört dem Haar. Aber das ist also von Anfang an, man kann es nicht erklären. Man kann aber verschiedene philosophische Aspekte geben, was verschiedene Glauben sind, was wir glauben, wo der Seele jetzt ist, dass die Seele noch immer kümmert sich um ihre Angehörige hier auf dieser Welt, sie freut sich auf die Erfolge, die die Kinder haben, sie trauert um die Kinder, wenn sie trauern, sie betet für sie, sie schützt sie und so weiter. Das heißt, die haben noch immer eine Verbindung und deswegen sollte man unbedingt diese Erinnerung am Leben halten und ich denke, der ältere Teil ist weg, also sie hat keine Verbindung, also die Seele hat keine Verbindung mehr mit uns auf dieser Erde. Es ist wohl eine Verbindung da und das kann man fregen und stärken und ich glaube, das kann sehr viel Hilfe geben. Und es gibt noch einen Aspekt, dass wenn man es bereit ist zu hören, dann gibt es der philosophische Gedanke, dass jede Person ist auf dieser Welt, um eine Aufgabe zu erfüllen und im Moment, dass man die Aufgabe erfüllt hat, muss er nicht mehr auf dieser Welt sein. Und das ist auch ein gutes Gefühl sozusagen, dass man hat diese Aufgabe erfüllt, besonders würde ich denken, bei der Zahar. Man kann die Kinder einfach sehr stolz auf ihre Eltern machen, dass ihr Beitrag im Zahar hat deswegen viele, viele Leben geschützt und viele, viele andere Kinder den Schmerz genommen, dass ihre Eltern doch am Leben sind. Natürlich fragen sie dann, warum war es gerade mein Vater, aber von der anderen Seite kann man darauf stolz sein, auf ihre Leistung, die das sie gemacht haben. Dankeschön. Herzlichen Dank. Das ist mega. Ich wollte noch ergänzen zu Sarah, die darauf hingewiesen hat, dass jedes Kind tatsächlich individuell trauert und dass man darauf eingeht. Janusz Korczak hat immer wieder darauf hingewiesen, dass es eine Leistung des Erwachsenen ist und die man auch von den Erwachsenen erwarten darf, sich zu überlegen, wie das Kind denkt und fühlt. Dass es nämlich völlig anders denkt und fühlt als die Erwachsenen. Also, dass man immer im Bewusstsein hat, ich denke so als Erwachsener, da gibt es eine Gemeinsamkeit unter den Erwachsenen. Aber Kinder denken und fühlen tatsächlich ganz anders. Er hat die Leistung sehr hoch bewertet. Er hat gesagt, es ist nicht das Anstrengende als Erzieher, sich auf Augenhöhe vom Kind zu begeben, also sich zu bücken, sondern er hat davon gesprochen, dass man sich auf die Zehenspitzen stellen muss, um nachzuvollziehen, wie es denkt und wie es fühlt. Und dass es tatsächlich so ist, dass es, je kleiner die Kinder sind, dass sie nicht mit dem Intellekt begreifen, sondern mit dem Gefühl. Nur, dass man dieses Bewusstsein hat, wenn man dem Kind gegenübersteht. Dann wollte ich sagen, Schlomi hat darauf hingewiesen, natürlich war das Leben im Waisenhaus von Janusz Korczak, je später wir uns das vorstellen, umso extremer. Extrem insofern, dass der Tod nicht die Ausnahme war, sondern das Normale. Aber extrem kann man ja auch oft etwas erkennen. Und mir ist aufgefallen, dass Janusz Korczak sich in dieser Zeit tatsächlich verändert hat. Und deswegen wollte ich das ein bisschen in die Runde mit eingeben, was sehr auffallend ist, dass bei ihm plötzlich ganz oft von Illusionen die Rede ist. Die Jahre zuvor, er war Mediziner, er war Pädagoge, stand im Vordergrund die Realität. Die Realität, die man auch dem Kind zutrauen darf, mit der man das Kind ganz bewusst konfrontiert. Was das Kind auch stark macht, dass man ihm das zutraut, mit der Realität umzugehen. Je schlimmer es ist, die Umstände waren, je präsenter der Tod war, umso mehr spricht er von Illusionen und ist gar nicht mehr so abgeneigt, auch dem Kind gegenüber was Illusionäres zu erzählen. Er hat so Vorstellungen gehabt, gerade bei diesem Theaterstück hat er einmal geschrieben, wie wäre es eigentlich, wenn man dieses Stück weiterspielt und weiterspielt und weiterspielt. In dem Stück waren die Kinder glückliche Personen. Der eine Junge, der war krank, im Grunde war er auch eine glückliche Person. Wie wäre es, wenn wir einfach weiterspielen und das Leben außen vor lassen? Das andere, was ich an Veränderungen tatsächlich bei ihm gefunden habe, ist die Religiosität. Janusz Korczak war Jude, aber er war kein religiöser Jude. Aber was den Kindern aufgefallen ist, das hat man von Zeitzeugen erzählt, das haben die Zeitzeugen erzählt, aber auch die Tagebucheinträge. Er hat viel mehr gebetet, es gab viel mehr Gottesdienste im Waisenhaus und das hat natürlich mit dem Umstand zu tun. Vielleicht könntest du so ein bisschen inhaltlich zu diesem Theaterstück was sagen, weil du hast ja gerade erwähnt, es handelt sich um einen sehr, sehr kranken Jungen, der ja auch sterben würde, der im Bett liegt und aus dem Fenster schaut. Und genau das, was du von ihm erwähnt hast, dass es dort glücklich war, weil die Menschen, die ihm das, oder so habe ich es verstanden, die mit ihm durch das offene Fenster Kontakt aufgenommen haben, so bemüht waren, ihn glücklich zu machen, wohlwissend, dass sein Leben bald zu Ende gehen würde. Und ich denke, das ist so ein ganz wichtiger Aspekt, eben der Zugang der Erwachsenen. Und da schließen würde sich auch so mein Gedanke, werfe ich jetzt einfach in die Gründe. Ich denke, vielleicht spreche ich da auch für das Publikum, da sind so diese Ängste, etwas falsch machen zu können. Gibt es denn überhaupt etwas, was man falsch machen kann? Ich war erst mal erstaunt darüber, als ich das zum ersten Mal gelesen habe, dass wirklich, das war im Juli 1942 im Warschauer Ghetto, dass die Kinder im Waisenhaus ein Theaterstück aufgeführt haben. Allein diese Tatsache. Die Initiative ging wohl von einer Praktikantin aus, Ester, die sehr theaterbegeistert war und zusammen mit Janusz Korczak dieses Theaterstück ausgesucht hat. Und natürlich liegt es dann ganz nahe, dass man überlegt, warum gerade dieses Theaterstück. Es ist, wie du gesagt hast, von Tagore. Und es handelt sich da um einen Jungen, der sehr krank ist. Er heißt Amal und im Bett liegt und jeder weiß, der Junge wird sterben. Ob es der Junge jetzt selbst auch weiß, ist nicht sicher. Aber es ist das ganze Theaterstück durchzieht eine sehr große Ruhe. Das Bett von dem Amal steht am Fenster und am Fenster ziehen ganz normale Menschen vorbei. Ein Milchverkäufer, eine Tänzerin, eine Blumenverkäuferin. Und die begreifen, und das ist das Wunderbare an dieser Geschichte, ganz schnell die Situation des Jungen. Und nicht nur die Situation, sondern auch die Art des Jungen, wie er mit seiner Situation umgehen kann. Sie erfüllen sozusagen durch Worte die Wünsche des Jungen, die er noch hat. Dem Milchverkäufer erzählt er zum Beispiel, das ist eigentlich mein Lieblingsberuf. Milchverkäufer will ich bergen, so in die Berge ziehen und die Milch ausrufen. Und dann versteht es dieser einfache Milchverkäufer, den Jungen durch Sätze mit auf eine Tour zu nehmen. Oder die Tänzerin zeigt ihm ein paar Schritte und sie singen zusammen, sodass der Junge alle seine Wünsche, die er noch hat, erfüllt bekommt und er in Ruhe und glücklich einschlafen kann. Das war für mich im Grunde, es liegt auf der Hand, eine ganz klare Vorbereitung der Kinder auf den Tod. Und ich habe mich jetzt gerade erinnert, es gibt ein bekanntes Buch von Bacheros Singer. Er ist am Ende ein verzweifelter Mann, auch im Warschauer Ghetto, der nur tot um sich sieht und nur den Gedanken hat, es ist zu viel für mich, ich kann nicht mehr. Und in diesem Moment kommt ihm aber ein anderer Gedanke in den Kopf, fast eine mathematische Formel, aber das ist so ein tröstlicher Ausgang, was Schlomi auch gesagt hat, man muss einfach da sein. Und die Formel heißt, Tod ist gleich Messias. Also die absolute Gleichsetzung. Nichts mehr, was übersteht. Wenn du so bist, dann passiert das. Wenn du so bist, dann passiert das. Die Kinder brauchten wirklich jetzt die absolute Sicherheit, dass etwas passiert, aber sie fallen in eine offene Hand. Ich schaue so auf die Uhr. Ich glaube, ja, wir haben viel, viel gehört und vielen herzlichen Dank für alle Beiträge von den Podiumsteilnehmern. Ja, ich denke, dass jetzt Zeit drauf ist, wenn Fragen aus dem Publikum sind, dass wir jetzt sozusagen unsere Perle öffnen und das Mikrofon weitergeben, wenn es technisch geht. Also vielleicht einfach das Aufstehen da und ein bisschen lauter sprechen. Gibt es nicht? Wir können es nicht, aber... Also ich ermutige, Fragen, Gedanken, ja, in den Augen zu stellen. Und immer noch mal darauf eingehen, wie es speziell ist, wenn ein Kind stirbt. Also wie geht man mit einem Kind um, das um ein Kind traut? Also wenn wir davon ausgehen, dass das, worauf es ankommt in der Begleitung, das Dasein ist, dann braucht es gar nicht unbedingt so viel mehr oder anderes in der Begleitung von trauernden Geschwistern. Was wir aber sehr beachten müssen, ist, wenn ein Geschwisterkind verstirbt, dann verliert das Geschwisterkind nicht nur das Geschwisterkind, sondern auch ein Teil der Eltern oder der Elternteile, so wie es diese Elternteile kannte. Das ist schon eine sehr besondere Situation, die in der Regel auch aus meiner Erfahrung heraus wirklich professionelle Unterstützung braucht, um die Eltern so stabilisieren zu können, dass sie dann auch als Elternteile in der Form, wie es ihnen eben möglich ist, in dieser sehr schwierigen Situation angemessen für das hinterbliebene Kind da sein zu können. Beklärt man das anderes, wenn ein Kind stirbt oder ein Erwachsener stirbt? Also das ist schon eine Untergewichtung von zwei unterschiedlichen Ereignissen. Also das, was passiert, wenn jemand nahes im Umfeld stirbt, ist, dass Kinder, auch sehr kleine Kinder, mit der eigenen Sterblichkeit auch konfrontiert werden. Je nachdem, wie weit das Todesverständnis ausgereift ist. Man geht davon aus, dass Kinder so ungefähr zwischen neun und zehn ein Todesverständnis haben, was dem der Erwachsenen gleich ist, was zum Beispiel daraus besteht, dass man eben weiß, dass der Tod nicht mehr rückgängig zu machen ist. Und dass man weiß, dass das Tod sein bedeutet, alle Körperfunktionen haben aufgehört, dass dieser zu menschendgültig nicht zurückkommt. Man muss das nicht anders erklären. Also Stomia hatte vorhin auch gesagt, es kommen gar nicht so sehr auf die Worte an. Es kommt darauf an, dass wir Kindern, wenn wir ihnen Informationen geben, die die Wahrheit sagen. Also alles, was wir ihnen sagen, muss wahr sein. Wir dürfen nichts verschönern. Natürlich haben wir einen großen Schutzgedanken, wenn es um gerade kleine Kinder geht. Meine Erfahrung ist, dass nicht die Wahrheit zu sagen, nicht Informationen zu geben, eher Angst besetzt ist. Kinder neigen sehr schnell dazu, falsche Schlüsse zu ziehen, Dinge auf sich selbst zu beziehen, Schuldgefühle zu entwickeln. Das heißt, wir müssen mit Kindern, die Geschwisterkind verliehen, nicht anders sprechen als mit Kindern, die den Elternteil verlieren. Es geht darum, altersangemessene Informationen zu geben, den Raum zu öffnen für Fragen, Gesprächsbereitschaft zu signalisieren, diese Gesprächsbereitschaft auch immer wieder zu wiederholen, weil wir nicht davon ausgehen können, dass Kinder ganz lang sich behalten, dass dieses Gesprächsangebot da ist. Und dann auch, finde ich auch, einen wichtigen Punkt, den du schon gesagt hast, auch zu akzeptieren, wenn wir nicht die richtigen Ansprechpartner sind für diese Fragen. Und dann aber, gerade bei kleinen Kindern, gut zu schauen, welche Bezugsperson könnte es denn noch geben, der diese Gespräche mitführen könnte. So, in a way, the death of a child, I see it as a, again, in a way, as a terror attack, because the death of a child is unexpected. It's not something that we prepare ourselves, like, you know, God forbid, the death of an old person, Seiva Tova, when nature planned. It is an unexpected event. It's an unnatural event. And it's a very tragic event. And aside for how to speak about it, when we ask ourselves, how do we behave, how do we go back to normal life, then I would say two things. One is, slowly, slowly get back to your normal life, but act responsibly. Okay? So, in case of someone who lives in a town that is affected by rockets, like it is in Israel, you try to go back to your normal life, but you act responsibly. You know the shelters, you know your way around, you know how to act when you hear the siren, or when you hear the blast. Okay? You try to go back to your normal life, but you act responsibly. The same with the death of a child. How do we speak about it, or how do we act about it, with other children that were exposed to this, because, you know, it completely changes their lives, because they suddenly see themselves vulnerable. They see themselves as potential victims, or... And again, the way to do it is to say, this is what happened. Okay? The vast majority of the children that we know don't die. Okay? We still need to act responsibly to avoid illness, to avoid car accidents, to avoid whatever caused that tragedy, but we go back to normal life, just being responsible, not being tannicked, not being hysterical, just responsible. And I'll be honest, please. Yeah, gerne. I think it's a good news. Yeah, I think it's a good news. Was von der Janusz Korczak Peter Schubik ja auch angestrebt ist, ist, dass der Erwachsene durchaus den Kindern einiges zutrauen. kann. Und dazu gehört auch, dass der Erwachsene, der jetzt mit diesem trauernden Kind zu tun hat und der ja auch selbst trauert, dass dem Kind gegenüber zeigen darf. Also, es ist nicht der richtige Weg zu denken, dass ich, ich muss meine eigene Trauer zurückhalten, weil ich muss jetzt für das Kind stark sein. sondern dem Kind zutrauen, mit der eigenen Trauer umgehen zu können, sogar mehr, dass man sozusagen eine gemeinsame Ebene über die Trauer findet. Ich hätte noch zwei Fragen, was vielleicht eher mich und meine Kinder betreffen. Also einmal hat meine Tochter gesagt, sie möchte nicht groß werden. Und ich habe mich gefragt, warum? Hat sie gesagt, weil ich ja auch älter werde und dann sterben muss. Und dann habe ich gesagt, und das war wieder nicht so die ehrliche Antwort, was sie jetzt auch gesprochen haben, dass man möglichst ehrliche Antworten geben sollte. Da habe ich gesagt, erst muss ich alt werden. Wir wissen ja, dass das manchmal nicht so ist. Und jetzt wollte ich wissen, ob das so in Ordnung ist oder ob man dann mit dem Kind ja, das irgendwie weiter besprechen sollte. Wie ist das? Also mein Eindruck ist, Sie fragen jetzt nach einer sehr konkreten Formulierung. Also für mich, der ehrliche Weg wäre, zu sagen, ich kann nicht versprechen, dass mir nichts passiert, aber ich verspreche es so gut, auf mich aufzupassen, dass mir möglichst nichts passiert. Das ist genau das, was auch schon gesagt hat. Also verantwortlich zu handeln. Das hängt natürlich auch doch auch von der Entwicklungsphase eines Kindes ab. So ein ganz, ein sehr junges Kind, also sagen wir jetzt, so ein bisschen weiter, hat natürlich noch keine Vorstellung von der Endlichkeit, sondern lebt mit Unendlichem. Wir werden als erwachsene Eltern immer da sein. Und ich denke, das ist wirklich wichtig, altersabhängig, entwicklungsmäßig, so nah an der Wahrheit wie möglich zu bleiben. Denn genau wie Lana gesagt hat, Kinder haben sehr feine Antennen und merken sehr schnell, wenn man nicht offen und ehrlich ist. Und ich glaube, dass das Grundstück ist wirklich, wie gesagt, so nah an der Wahrheit und so altersentsprechend wie möglich Antworten zu geben. Und auch wenn Unsicherheit da ist, im Moment spontan die Antwort zu geben, auch dem Kind zu vermitteln, dass sie als Erwachsene auch das Recht haben, innezuhalten, nachzudenken, aber auch die Atmosphäre zu schaffen, zu einem späteren Zeitpunkt sich dann darüber zu unterhalten. Also ich glaube, das ist etwas, was ganz, oder mir sehr wichtig wäre, dass man so als Message to take home, dass man auch als Erwachsener keine Scheu haben sollte, Dinge offen anzusprechen. Und auch, denke ich, umso wichtiger für Kinder als Spiegel zu sein, dass sie auch Erwachsene in einer unsicheren Situation erleben, Gefühle zeigen, weil sonst lernen sie auch nicht ihre Gefühle zu zeigen. Weil Kinder merken hier auch Entschuldigung, die Kinder merken ja auch, wenn man ihnen die Realität nicht zutraut, das merken sie. Also das ist sozusagen das Minusvergut von sie. Ja, eigentlich habe ich da so eher eine positive Vorstellung mit dem Kind angeboten, wie das im positiven Sinne auslaufen würde. Und ich weiß einfach nur, dass es einem Grundschulkind auch von der negativen Seite das auch schildern sollte. Vielleicht deswegen, wissen Sie, was ich meine? Das ist gar nicht notwendig. Es muss gar nicht dazu kommen, weil sie hat gesagt, sie will nicht, dass sie aufwenden. Man kann, was in der Psychologie active listening bedeutet, dass man einfach sagt, du willst nicht, dass Mami out wird. Und dann schauen, wie es weitergeht. Man muss gar nicht eine Antwort geben. Also einfach bestätigen, dass sie will nicht, dass du aufwenden kannst. Es kann sein, dass es endet. Man muss aber auch durchaus nachfragen, welche Vorstellungen das Kind hat vom Älterwerden. Das Älterwerden ist natürlich nur negativ. Und das Leben fängt eben mit der Geburt an und endlich, die grünfreie kann ich eben mit dem Tod und dazwischen wird gelebt. Ja, und ich denke, das ist wirklich wichtig und ganz besonders für Kinder, dass sie das Leben lieben lernen. Es hat einen Anfang und es hat auch ein Ende. Und das ist ja für uns als Erwachsene genauso schwer, mich aufzukriegen, diese Endlichkeit zu erfassen. Aber wieder die Aufmunterung, so wie glaubt alle, egal ob Israel, Hürtchen, wo auch immer, die Ehrlichkeit, Offenheit ist, denke ich, wirklich essentiell. Und eben, wie Kathrin gesagt hat, man kann Kindern eigentlich immer mehr zumuten, als man vermutet. Sorry. Everything is correct. How old was your daughter when she was eight? Yes. Okay, my son is one and a half years. And I imagine myself a conversation with him in six and a half years from now. When he's eight and tells me the same thing that happened, that your daughter said. And I would probably, I want to think that I will ask him, what is the best thing that happened to you this week? And he would tell me, I don't know, maybe I played soccer with my friend and I won the game. Or, I met this wonderful friend. Or, you know, I did something nice to a friend. And I would ask him, would you be able, if we go back in time six and a half years from now, when you're just a year and a half, would you be able to win that game in soccer? Probably not. He's still a baby. He works like a drunk man. Okay? Would you be able to meet that friend? Probably not. He barely speaks. So I would tell him, just think about all these great things that will happen to you when you're 10 years old, when you're 12 years old, when you're 15 years old, when you're 20, when you're 30, when you're 80. Okay? All these great things will happen to you. Now, can something happen? Hopefully not. And I, as your father, will do everything that I can to protect you along the way, at least until the point you will be able to protect yourself and your children. Okay? And, do you trust me to keep my promise? And, hopefully he will say yes. And this would be my answer to him. and, and, and Kenan said rightfully, there's a starting point to life, an ending point, and we hope that there's as many years in between these two points. Okay? To live. But, there are great things that are ahead of you. Okay? And, as long as I'm, here I'm going to do everything that I can to protect you until that point where you probably start protecting me. And then, I have another question. person who is, it's coming to the end of the world. And, it's coming to the end of the world. It's coming to the end of the world. wie sehen die Leute dann danach aus, wie es passiert, wie schaut das danach aus. Und dann habe ich gesagt, ich habe es selber nicht gesehen, ich weiß es nicht. Und das war wieder die ehrliche Antwort, aber eben nicht so viel Info, die sie gesagt haben. Aber auch die Frage, soll man da so viel Impfdienst dazu geben? War Ihre Tochter denn zufrieden mit der Antwort? Ja, eigentlich. Das ist okay. Die gute Faustregel ist, immer die Frage zu beantworten, die gestellt wird. Man kann sich darauf verlassen, dass die nächste Frage kommt, wenn das Angebot gemacht wird. Sie haben gemeint, dass es ganz wichtig ist, wenn man traut, eine Verbindung mit gestorbenen Personen aufzubauen. Die Frage ist, ob die Trauer unterschiedlich aussieht, ob die Verbindung schon vorher kompliziert war, konfliktvoll oder es war eine gesunde Verbindung, also vertrauensvoll und liebvoll. Wie haben Sie das gesehen? Das ist eine interessante Frage. Meine Erfahrung ist ja, es macht einen Unterschied. Es verkompliziert tatsächlich den Trauerprozess manchmal, wenn die Beziehung vorher schon sehr schwierig war. Es geht aber in jedem Trauerprozess darum und auch bei dem Aufbau der Verbindung, einer inneren Verbindung, eines inneren Bildes, auch ein realistisches Bild des Verstorbenen zu zeichnen. Wir neigen insbesondere am Anfang dazu, den Verstorbenen zu idealisieren und es ist hilfreich für die Trauerbearbeitung zu einem realistischen Bild. Das heißt, wie war der Verstorbene tatsächlich, wie war unsere Beziehung tatsächlich in der Realität, zu dieser Vorstellung auch zu kommen oder zu diesem realistischen Bild zu kommen. Und dazu gehört auch, diesen konfliktbeladenen Teil mit einzubeziehen. Und da gibt es vielleicht zusätzlich zu der Trauer um den Verlust noch die Trauer darum, dass es eben eine konflikthafte Beziehung war. Und manchmal ist es nicht zu lösen. Ich würde nur hinzufügen von einer jüdischen Perspektive. Die Seele kann auch sehr viel profitieren von guten Taten, die auf diese Welt für die Seele gemacht werden. Das heißt, wenn man irgendwelche Schuldgefühle hat derjenige Person gegenüber oder man will jetzt eine Beziehung sozusagen wieder gut machen oder sogar noch vertiefen oder noch erhalten, dann kann man mit Zutaten für diese Seele sozusagen machen in Widmung oder in der Erinnerung für die Verstorbene. Und das zählt sehr, sehr, sehr viel für diese Seele. Und ich glaube, das hilft sehr für den Leuten im Trauerprozess, dass die denken, sie können noch was machen auf diese Welt für die Verstorbene. Und dadurch kann man vielleicht auch ein anderes Nachhol, das man vielleicht ein Leben nicht gemacht hat, kann man jetzt noch machen. Ich wollte nur darauf hinweisen, so auch als Beruhigung, wenn es jetzt losgelöst von einem speziellen Trauerfall, dass einfach solche Fragen kommen, die die Eltern vielleicht irritieren, dass man sich einfach auch an dem Interesse freut. Also es geht auch vom Tod, geht eine Faszination aus. Und jede und alle Fragen, die kommen von Kindern, sind einfach Ausdruck von einem Interesse und sind etwas Gutes. Ich wollte nur ein paar Worte, was Hanni gesagt hat, und ich glaube, dass es wirklich, dass ihr nicht glaubt, in Gott, oder wenn ihr nicht Jesuścioer, es gibt etwas sehr smart mit der Weise die Judäismen zu Grief. Die Ceremonie von der Shiva, die mit dem es Step-by-Step, der Funeral, und dann die Ends of the Shiva, und dann die Sörde, und ebenso, und hier gibt es eine Chance für Tikkun, für ein Repair, der relationship, der Komplexe relationship, mit jemandem, dass man nicht wirklich Repair, der relationship. Meine 2-Sense, okay, zu was Hanik sagte, ist, dass, wenn du diese Idee von Judaism abgeholt hast, und du kannst es mit universalen Ideen machen. Und ein Beispiel ist, dass, an der letzte Tag des Passover Camp in Eilat, jeder Kind hatte eine Helium-Ballon mit den Worten, Dear Dad oder Dear Mom, depending auf die Eltern, die sie verloren haben. Und sie waren able to write a letter, oder etwas, was sie wollten, aber sie waren nicht able, sie hatten zu schnell, so sie noch wollten, 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 eine Möglichkeit für eine Klose. Es ist nicht getan mit einer realen Person, aber es ist noch getan mit einer realen Person, die ich heute bin. Okay? Und das wirklich hilft, und es kann mit einem Helium-Ballon sein, es kann mit einem schreiben, 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 oder etwas, das kann, sogar in einem imaginären Welt, kann dich näher, zu einer realen Begründung mit einer Person, die nicht mehr mit uns ist. Ich habe eine Frage. Es wurde vorhin gesagt, dass die Erwachsenen authentisch sein sollen, in ihrer Trauer und die möglichst offen damit umgehen. Wie schafft ihr die Balance zwischen der Offenheit des Erwachsenen und der Verantwortungsübernahme durch das Kind? Das würde mich interessieren, speziell auch wenn Kinder, vielleicht im Kontext von Krieg und für Wahlverbrechen, dann den Platz vielleicht einnehmen von den verlorenen Eltern Teil in der Familie. Ich denke, dass Sie die Legitimation haben, wie Sie fühlen, zu Ihren Emotionen, zu Ihren Fearen, zu Ihren Saden, und manchmal Depressionen, und alles. Aber nicht vergessen, dass Sie eine Rolle haben. Die Rolle in Ihre Leben. Okay? Das ist die Parent, dass Sie sind. Und in dieser Rolle, Okay? Sometimes you need to act again. Okay? It's something you need to... You're able to give, again, legitimacy to how you feel and how you personally react to the tragedy, but when you, in terms of the relationship with your children, I think it should be done within the role that you have. And if you feel like you're unable to fulfill that role, because of what you're going through, then asking the help of a professional is the right thing to do. That's my two cents about your question. I think it's more a joke. I think it's more a joke. I think it's wrong, to expect from a child, a role of their partners to be able to do. That can't, that's not, that's not possible. 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 I think that's a really important aspect. In this process, and to the children, to be able to become a part of their partner, and to protect the elderly, and to protect the elderly, and to be able to do that, that's a absolute challenge. and to be able to look at the patient's people and to identify the same thing. I think that I have to do that. I also believe that I know that I think that I should consider even more to the parent's position of the father's position, even more to the point of the responsabilities For a reason. But I think that it's very important dem Kind Jugendlichen zu vermitteln, dass man für sich sorgen wird, dass das nicht die Aufgabe des Kindes ist, für die Eltern zu sorgen, dass man diese Verantwortung für sich selber übernehmen sollte und da gibt es ja wirklich, wie wir jetzt gehört haben, ganz viele unterschiedliche Möglichkeiten, sich wirklich professionelle Hilfe dann auch, es muss auch nicht professionell, sondern in Familien, Freundeskreis, Ersatzpersonen zu finden, die so ein bisschen stückweit die Rolle des anderen Eltern teilweise nicht übernehmen können. Das muss das Kind dann auch wissen, dass der Elternzeit sich Hilfe holt. Also es ist auch explizit zu sagen, das ist eine Situation, mit der müssen auch Erwachsene nicht allein zurechtkommen, das ist eine Situation, da haben wir ein Recht drauf, uns Hilfe zu holen und ich hole mir Hilfe. Ich denke auch im Sinne von Rollenbild, dass das Kind auch lernt, wenn ich in einer Notsituation bin, es gibt Möglichkeiten, Hilfe zu bekommen, das ist insgesamt sehr wichtig. Also nicht nur was Sterben und Tod angewandt, sondern eben auch ein Krankheitsfall. Man muss nicht alleine sein. Es gibt wirklich inzwischen, es gibt auch eine Liste, wohin man sich wenden kann, um Unterstützung, professionelle Hilfe zu bekommen. Ich denke, das ist vielleicht auch wirklich mit uns auch eine wichtige Botschaft mit nach Hause zu nehmen. Man glaubt zwar alleine zu sein, aber man ist es nicht. Es gibt Hilfe, ich glaube, es legt von der Bereitschaft ab, diese Hilfe anzulegen. Wir haben jetzt viel über kürzlichen Tod gesprochen. Was ist denn, wenn Ettenheit krank ist, wann ist der Moment, wo man weg von der Hoffnung geht oder den Kindern vermittelt? Also ich verstehe Ihren Wunsch auf eine allgemeingültige Antwort. Ich tue mich sehr schwer damit. Weil auch das etwas sehr, gibt es auch nicht. Also das muss tatsächlich individuell erfragt, erspürt werden. Man muss als Elternteile schauen, wann man sich das zutraut, mit welchen Hilfe man sich die Information für das Kind zutraut. So etwas muss man auch nicht alleine machen. Man kann es gut vorbereiten mit Menschen, die so etwas in der täglichen Arbeit machen. Und in dem Moment, wo das Kind in den Prozess mit einbezogen ist, ab dem Zeitpunkt, wo es vielleicht eine schlimme Diagnose gibt und das Kind die Möglichkeit hat, nachzufragen, wird es wahrscheinlich auch nachfragen, wird der Papa sterben? Ja, diese Frage wird kommen, wenn es Eltern gelungen ist, den Raum zu eröffnen für diese Frage. Und wenn diese Frage kommt, dann muss sie meiner Erfahrung nach auch ehrlich verantwortet werden. So schwer es dann auch ist. Vielleicht eine Erfahrung, die ich gerne weitergeben möchte. So ein Beispiel aus meiner Arbeit ist, die mir so in Erinnerung geblieben ist. Da kam eine Großmutter zu mir, die nach dem Tod weiter Elternteile ihrer Enkeltochter, die übernommen hat, dass das Kind bei ihr lebt. Dieses Kind war dabei, als der Vater verstarb, war sie noch sehr klein. Das wusste ich auch. Und als die Mutter dann verstarb, war das Kind dabei, als man sich verabschiedet hat im Krankenhaus. Das Kind war dabei, als die Beerdigung war. Und nach, ich glaube, so acht Monaten kam die Großmutter in die Beratungsstelle und hat gesagt, dieses Kind reagiert überhaupt nicht. Die macht so, als würde es normal weitergehen. Und erst im Verlauf des Gesprächs wurde dann deutlich, dass dieses Mädchen zwar alle diese Ereignisse mitgemacht hat, an der Hand der Oma mit dabei war, ihr aber niemand erklärt hat, dass die Mutter gestorben ist. Also sie hatte sicherlich irgendwie eine Ahnung davon, Krankenhaus bedeutet vielleicht krank, aber dass diese Mutter nicht wiederkommen würde, hatte ihr niemand gesagt. Das heißt, wir konnten davon ausgehen, dass das Mädchen wahrscheinlich acht Monate lang gehofft hat, die Mutter würde wiederkommen. Also das möchte ich einfach so als Beispiel erzählen, dafür wie es laufen kann, wenn wir Kindern eben nicht die Information geben, aus einem oft nachvollziehbaren Schutzgedanken heraus. Und zu dem Zeitpunkt gibt es, wie Sie auch schon sagten, leider keine allgemeinwürdige Antwort. Ich denke, wenn man als Erwachsener diesen Zeitpunkt erfasst hat und man es wirklich, wie Sie sagen, man sich von der Hoffnung verabschieden muss, dann ist das der Zeitpunkt, die Kinder entsprechend Alter natürlich mit einzureihen. Also ich denke, wirklich wichtig, diesem Prozess auch mitgehen zu können, genau wie gesagt wurde, nicht, dass Kinder zurückbleiben in der Vorstellung, wie ich es auch in einem der Bücher gelesen habe, dass es gesagt wurde, der Papa ist gestorben und das Kind fragt in gleicher Art dazu, wann kommt er denn wieder. Also dieses Verständnis, was es heißt, eben vorhin erwähnt, die Erfassung der Endlichkeit, das ist wichtig zu vermitteln. Und dass wir als Eltern teil nicht die Garantie geben können, dass wir immer da sein werden, durch Krankheit, durch Unfall, Terror, wie auch immer. Ich habe auch von einigen Kindern gehört, das ist ein recht böse, mit dem, auch der verstorbene Elternteil, aber auch die übrige Bewegung der Teil, dass man denen nicht gesagt hat, dass es so weit ist, dass derjenige sterben kann. Und wenn man hätte ihnen gesagt, hätten sie sich vorbereitet, die hätten noch besprochen mit derjenige, bevor er sie stirbt, ob sie irgendwelche Weisheiten hat, auf dem Weg mitzugeben, ob sie irgendwie irgendwas von ihr Leben geben kann, dass es in Erinnerung bleibt. Das heißt, ein Kind, ich würde sagen, ab 9, 10 oder bis hin versteht, um was es geht, sollte man schon sagen, wie ernst die Lage ist. Natürlich hat man immer Hoffnung, von einer Seite ist man realistisch, von einem jüdischen Sichtpunkt, muss ich sagen, muss die Hoffnung als letzte sterben. Man betet und man hofft, dass es immer noch ein Wunder passieren kann, auch wenn man realistisch sein soll, dass es wahrscheinlich nicht passieren kann. Und wenn möglich ist, sollte man auch dabei sein, wenn das Tod passiert, es gibt auch Gebete, dass man sprechen kann und so weiter. Das ist auch, wenn man dabei ist und man sieht alles, was passiert ist, dann wird man auch ein bisschen mehr einbezogen. Und ich glaube, es gibt weniger dann zur Arbeit nachher von mir. Ich wusste gar nicht, ob es passiert ist, was mache ich jetzt. Ich wollte nur noch eine Sache erwähnen, die einfach nicht angesprochen wurde, glaube ich, dass es hilfreich sein kann. Und das war eigentlich die Stärke auch vom Waisenhaus, dass man ein Stück Normalität aufrechterhält. Ich glaube, wie traurig oder schlimm die Situation gerade ist, dass man versucht, Normalität aufrechtzuerhalten. Ich glaube, korrigiert mich, dass die Shiva auch unterbrochen wird, wenn der Schabbat kommt. Genau. Das ist auch eine Normalität, die einen spüren lässt. Es bleibt etwas konstant im Leben und es geht weiter. Noch Fragen aus dem Publikum? Ich denke, es ist der Zeitpunkt. Ich möchte mich jemanden... Vielen Dank, dass Sie sich so auf den Weg beteiligt haben. Ja, ich kann nur hoffen, dass, wie ich eingangs gesagt habe, der heutige Abend vielleicht dazu dienen konnte, ein wenig Orientierungshilfe mit auf den Wege zu geben, einige Wegweiser im Umgang mit Kindern an den Scheideweg des Lebens. Wir haben auch Erfahrung, ich möchte wirklich noch mal betonen, dass Sie wissen, wenn Sie von hier hergehen, dass es Anlaufstelle gibt. Und zwar gar nicht so wenige, wo man sich professionelle Hilfe, nicht nur professionelle Unterstützung holen kann. Das ist etwas ganz, ganz Wichtiges. Und ja, dann reiche ich an Julia. Also vielen Dank erstmal, Kevin. Wir haben das besondere Glück, dass wir so viele Experten und Menschen, die mit diesem Thema täglich umgehen, auf dem Ernst durften. Auch ans Publikum vielen Dank für die offenen Fragen und den Umgang mit dem Thema. Das ist, glaube ich, eine gegenseitige Bereicherung. Und ja, ich hoffe einfach, dass jeder ein bisschen was mitnimmt, ein Stück weit vielleicht Fragen beantwortet bekommen hat. Und dann wollte ich nur kurz sagen, hier ist das restliche Programm für die Janusz Korczak-Tage. Das liegt hier vorne. Und wir haben noch zwei pädagogische Veranstaltungen am 19. und 26. Juni in Kooperation mit dem Jugendinformationszentrum. Eines ist ein Film über Korczak. Und das andere ist ein Workshop zu Methoden, die Korczak vermittelt in vis-aubischer Hinsicht. Und dann natürlich das Postenamt als musikalisches Spiel. Vielen Dank nochmal an alle und auch an die Übersetzung. Das war nicht leicht. Wir haben noch ein bisschen Getränke und Obst und Snacks bereitgestellt. Wir haben noch ein bisschen Leib.